Ich ganz besonders liebe diese schöne Lama, nein auf keinen Fall, es ist ein sauberes Lama. Wie kamen Sie auf die Idee ein Lama dieses Jahr? Wir sind natürlich bei Steif dafür bekannt eben auch immer besondere Tiere zu machen oder auch mal exotische Tiere zu machen, deswegen jedes Jahr kommt ein Andromedan, ein Lama, ein Kamel, einfach Tiere die ein bisschen ungewöhnlich sind und das Lama ist besonders schön geworden. Es sind ja auch Sammlerobjekte, es ist ja nicht nur ein Kuschelspielzeug, sondern Steif steht ja auch wirklich für die Qualität und es werden ja auch Stofftiere von Generation zu Generation weitergegeben. Und dann ist ja auch dieses Lama einfach auch etwas, was dann einfach auch gesammelt wird, oder? Ja und das ist natürlich auch für jede Generation ist das immer, ich sag jetzt mal ein Rite of Passage oder eine besonders schöne Erinnerung, die genauso wieder weitergegeben wird. Und das ist unsere Herausforderung, das natürlich mit jeder neuen Generation so eine Verbindung herzustellen.